Zwischen Trainer und Sportvorstand hat es in letzter Zeit rumort beim FC Bayern. Hansi Flick und Hasan Salihamidzic waren sich immer wieder uneins in Aufstellungsfragen und Kommunikation, das Verhältnis der beiden belastet. Eine Aussprache soll die Unstimmigkeiten jetzt aus der Welt geschafft haben, die auch in der Mannschaft schon zum Thema wurden. Man bekommt es natürlich mit, was außerhalb geschrieben wird, was da diskutiert wird. Am Ende des Tages wäre es natürlich schöner, wenn bei dem Erfolg, der gerade da ist, auch Ruhe einkehrt und wir nicht von internem Zündstoff nach außen geben. Kimmichs Furcht vor dem FC Hollywood 2.0? Immer wenn es Eskapaden an der Säbener Straße gibt, kommen Erinnerungen an die legendäre Zeit der 90er beim Rekordmeister hoch. Damals geht es immer wieder drunter und drüber beim FC Bayern. Öffentlich ausgetragene Konflikte prägen die Zeit. Seinen Anfang nimmt alles in einer enttäuschenden Saison unter Trainer Otto Rehagel. Präsident Beckenbauer spricht nach einem 1-0-Sieg gegen St. Pauli von einem Katastrophenspiel einer Schülermannschaft. Auch Mehmet Scholl ledert mehrfach gegen den Trainer. Rehagel oder ich? Jetzt tut's einen Schlag. Und wenn sie mich rausschmeißen, ist es mir auch wurscht. Wir spielen seit acht Wochen und haben immer noch keine Taktik. Im Frühjahr 1996 gehen die Spieler dann zu den Vereinsbossen und bewirken das Aus von Rehagel. Auch die Bayern-Elf in sich besteht nicht direkt aus elf Freunden. Besonders Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann geraten immer mal wieder aneinander. Das Ganze gipfelt in einer Wette von Matthäus, der gegen Manager Uli Hoeneß 10.000 Mark darauf setzt, dass Klinsmann keine 15 Saisontore schafft. Öffentlich wird das Ganze in Matthäus' Tagebüchern, die er für die BILD schreibt und die zum Skandal werden. Thomas Helmer sagt über Matthäus, kranken sollte man helfen. Klinsmann erklärt, ich kann Matthäus nicht mehr ernst nehmen. Und Matthäus verrät, Klinsmann sei egoistisch, feige und vor allem auf das Geld aus. Selbst der Trainer teilte in der Phase des FC Hollywood öffentlich gegen die Spieler aus. Unvergessen die legendäre Pressekonferenz von Giovanni Trapattoni. Nach außen getragene Interna haben beim FC Bayern einfach schon immer eine besondere. So auch jetzt beim offenbar beigelegten Zwist zwischen Flick und Salihamidzic, der an die filmreifen Skandale der 90er Jahre dann noch nicht ganz rankommt.